Und hier kommt Leerstand rein, ein Vakuum und Kerkrade will dieses kreative, positive Denken erhalten. Und das ist dieser Raum, es immer wieder in die Gesellschaft zu tragen, kreatives Denken. Ein schönes Projekt. Das bin ich natürlich auch gerne gekommen. Das läuft schon fünf Jahre, es wird nur digital veröffentlicht und natürlich wieder offen für die Männer. Alles kostenfrei, keiner kriegt was, der hier ist. Und das ist einfach, ja, ein guter Ort. Und alle Betreuer sind ehrenamtlich, alles, alles. Ja, der Raum steht zur Verfügung. Aber, wie gesagt, alles andere muss, so weit wie ich es ja bin. Ich halte mir das, genau. Ja. Mhm. Ja.